Es zeigt einfach nur, wie umfassend einfach das ist, was du als Führungskraft alles mitbringen musst. Und ja, also ich glaube, das ist ja eine der schönen Herausforderungen, die viele so fasziniert daran. Und auch der Grund, warum dann natürlich immer wieder Leute daran scheitern, die irgendwie sich eher im Fachbereich sehen zum Beispiel und halt dort ihren Anker haben in der Fachkarriere und halt auch fachlich mitreden wollen etc. und die sich dann meistens für diese Themen nicht erwärmen können und die dann oft schleifen lassen, weil ja, weißt du, an Themen gibt es genug, die man auswählen kann. Und ja, dann gelingt es oft nicht und wird dann keine erfolgreiche Führungskarriere in diesem Sinn.